Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Baramundi on Air Video. Mein Name ist Nick und heute möchten wir euch zeigen, wie ihr bestmöglich mit verlorengegangenen Mobile Devices umgeht. Dazu wechseln wir direkt ins Management Center. Bei iOS und iPadOS Geräten bietet uns Apple die Möglichkeit, den sogenannten Lost Mode zu verwenden. Um den Lost Mode auf einem Gerät zu aktivieren, wechseln wir unter Jobs, neu und erstellen uns einen neuen Job für ein mobiles oder macOS-Gerät. Im ersten Schritt geben wir dem Job einen Namen und wechseln in die Jobschritte. Hier können wir uns dementsprechend unter Geräteoperation den Job Lost Mode verwalten hinzufügen. In unserem Fall wollen wir den Lost Mode jetzt aktivieren, können dementsprechend das Häkchen setzen und haben jetzt noch weitere Konfigurationsmöglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, uns das Gerät orten zu lassen. Das bedeutet, zum Zeitpunkt der Jobausführung wird einmalig der aktuelle Standort in Form von Koordinaten an das Management Center übermittelt. Die Ortung findet nicht dauerhaft statt, sondern wirklich nur während der Jobausführung. Zudem haben wir dann noch die Möglichkeit, eine Nachricht und einen Text für die Fußnote hinzuzufügen. Wir können auch die Nachricht als Telefonnummer verwenden. Das bedeutet, dass der Finder des Geräts dann dazu aufgefordert wird, die angegebene Telefonnummer anzurufen. Und in der Fußnote können wir dann dementsprechend nochmal eine Nachricht hinzufügen, die am unteren Bildschirmrand angezeigt wird. Somit können wir jetzt den Job speichern und diesen unserem verlorengegangenen iOS-Gerät zuweisen. Wir wechseln einmal aufs Gerät, um den aktuellen Jobstatus zu überwachen. Somit wurde der Job jetzt erfolgreich abgeschlossen und wir können uns das Verhalten auf dem Gerät einmal gemeinsam anschauen. Auf dem Gerät sehen wir, dass der Lost-Mode jetzt aktiviert wurde und wir sehen die zuvor im Jobschritt festgelegten Konfigurationen. Das Gerät ist zu dem Zeitpunkt jetzt auch vollständig gesperrt und ein Finder kann mit dem Gerät keine Aktionen vornehmen. Da wir im Jobschritt die Ortung des Geräts aktiviert hatten, wurden jetzt während der Jobausführung die Koordinaten des Geräts einmalig ans Management Center übermittelt. Die Koordinaten des Geräts können wir am Jobschritt selber einsehen und uns diese auch beispielsweise direkt im Browser anzeigen lassen. Sobald sich das Gerät wieder zurück im Unternehmen befindet, können wir den Lost-Mode wieder deaktivieren, um das Gerät weiter nutzen zu können. Dazu erstellen wir uns wieder einen neuen Job. Neu Job für Mobiles oder macOS-Gerät, geben dem Job wieder einen Namen, fügen erneut den Jobschritt Lost-Mode verwalten hinzu und lassen die Konfiguration einfach leer. Das bedeutet, wir aktivieren den Lost-Mode somit jetzt nicht mehr, sondern deaktivieren diesen bei Jobausführung wieder. Wir speichern die Konfiguration und weisen den Job wieder unserem Gerät zu. Nachdem der Job erfolgreich ausgeführt wurde, wurde der Lost-Mode auf dem Gerät wieder deaktiviert. Um einen Missbrauch der Funktion auszuschließen, dass nicht einfach die Koordinaten des Geräts willkürlich ausgelesen werden können, wird der Benutzer, wie wir hier auf dem Gerät sehen, abschließend auch darüber informiert, dass das iPhone geortet wurde und der Standort an die Serveradresse gesendet wurde. Nach einem Klick auf Weiter ist der Lost-Mode wieder deaktiviert und wir können das Gerät wie gewohnt weiter nutzen. Somit haben wir uns jetzt den Lost-Mode auf iOS angeschaut und wenden uns jetzt Android Enterprise zu, wie wir dort bestmöglich mit verlorengegangenen Geräten umgehen können. Dazu wechseln wir im nächsten Schritt direkt wieder ins Management Center. Bei Android Enterprise Geräten bietet uns Google leider im Gegensatz zu iOS nicht die Möglichkeit eines Lost-Modes. Wir haben jedoch trotzdem die Möglichkeit, den Standort einmalig auszulesen. Dazu wechseln wir wieder in die Jobs und erstellen uns wieder einen neuen Job für ein mobiles oder macOS-Gerät. Geben dem Job wieder einen Namen und fügen in diesem Fall den Jobschritt Befehl ausführen hinzu. Mit dem Jobschritt Befehl ausführen können grundsätzlich auf den verschiedenen Plattformen unterschiedlichste Commands der Hersteller ausgeführt werden. In unserem Fall wechseln wir auf Android Enterprise, aktivieren den Jobschritt und wir haben hier bereits einige Beispiele mitgeliefert, wovon einer Standort ermitteln ist. Somit können wir uns den Job speichern und weisen diesen unserem Android Enterprise Gerät zu. Nachdem der Job erfolgreich ausgeführt wurde, können wir wie auch bei iOS direkt am Jobschritt die Koordinaten einsehen und uns diese direkt im Browser anzeigen lassen. Auch bei Android Enterprise wird bei der Standortermittlung der Benutzer auf dem Gerät benachrichtigt. Dazu können wir uns auch einmal gemeinsam das Verhalten auf dem Gerät anschauen und wir sehen direkt auf dem Startbildschirm ist die Benachrichtigung, dass das Gerät geortet wurde und dass der Standort des Geräts an die IT-Administration gesendet wurde. Somit ist auch hier ein Missbrauch nicht möglich, da der Endbenutzer am Gerät immer über die Standortermittlung informiert wird. Nachdem es bei Android Enterprise nicht den Lost Mode gibt und das Gerät somit aktuell weiterverwendbar wäre, ist unsere Empfehlung, das Gerät abschließend fernzulöschen, um somit die Unternehmensdaten zu sichern. Dazu wechseln wir wieder zurück ins Management Center. Um die Fernlöschung des Geräts durchzuführen, wechseln wir wieder in den Reiter Jobs und erstellen uns nochmal einen neuen Job für ein mobiles oder macOS-Gerät. Geben dem Job wieder einen Namen und fügen wieder einen neuen Schritt hinzu und hier wählen wir den Jobschritt Gerät Unternehmensdaten fernlöschen. Speichern den Job und weisen diesen auf unser Gerät zu. Nachdem der Job erfolgreich ausgeführt wurde, wurde unser Android Enterprise Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und wir haben somit die Unternehmensdaten vor unbefugtem Zugriff geschützt. Damit haben wir uns jetzt das Vorgehen angeschaut, wie wir bestmöglich mit verlorengegangenen Mobile Devices umgehen. Wir hoffen, dass wir euch mit dem Video weiterhelfen konnten und falls noch irgendwelche Fragen offen sind, meldet euch gerne jederzeit im Support. Bis zum nächsten Mal, euer Nick. Wir hoffen, dass wir uns zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020